Hallo ihr Leute, ich sehne da Röner, soll man's nur schon gehört, es gibt jetzt schon wir Leute, die dann Hanfstock häufig machen, weil sie Angst haben, sie krieg ich kein Klopapier mehr. Und für die Leute hab ich jetzt mal ein Corona-Lied gemacht, und das geht so drei, eins. Oh, die Welt versinkt im Chaos, wenn es das mehr so besitzt, und all die ganze Sturz ist, oh, die haben einen Haufen Stress. Ich wohne mit Männern alle auf dem Ui-Siedlerhof, und seien zu ihr, was solltet, was geht's uns he so gut. Das Kerl aufholen Kartoffeln und vater in die Schirn, wir kommen beim Strupp, oh, kommt ganze Leih uns noch den Ehr. Was will ich da im Aldi, da muss ich erst mal lachen, bei uns schick's wieder, will ich, wir haben gerade frechgeschlacht. Das Kerl aufholen Kartoffeln und vater in die Schirn, wir haben gerade frechgeschlacht. Das Kerl aufholen Kartoffeln und vater in die Schirn, wir haben gerade frechgeschlacht. Das Kerl aufholen Kartoffeln und vater in die Schirn, wir haben gerade frechgeschlacht. Das Kerl aufholen Kartoffeln und vater in die Schirn, wir haben gerade frechgeschlacht. Das Kerl aufholen Kartoffeln und vater in die Schirn, wir haben gerade frechgeschlacht. Das Kerl aufholen Kartoffeln und vater in die Schirn, wir haben gerade frechgeschlacht. Das Kerl aufholen Kartoffeln und vater in die Schirn, wir haben gerade frechgeschlacht. Das Kerl aufholen Kartoffeln und vater in die Schirn, wir haben gerade frechgeschlacht. Ja. Das Kerl aufholen Kartoffeln und vater in die Schirn, wir haben gerade frechgeschlacht. Vielen Dank.